Hallo ihr Lieben, ja gerade wieder von den Ärzten zurück und ich muss sagen, Schneeregen, total tolles Wetter. Jetzt gerade mal ist ein bisschen die Sonne rausgekommen, so ein Ideechen, so ein Mini, aber die Regenwolken ziehen schon wieder drüber. Ich habe also keinen Regentanz aufgeführt. Das ist das Gemeine, aber trotzdem regnet dann halt. Nichtsdestotrotz Arztbesuch mal wieder. Hey, super. Wenn das weitergeht, werde ich noch gesund. Ja, wollen wir auch nicht. Ja, so ist das. Und bis jetzt, das mit Artikel 13 habt ihr ja wieder mitgekriegt. Der Voss, der Axel Voss hat ja wieder so seinen Sämon zum Artikel 13 dazugegeben. Der gute Mann lernt es heute, aber der lernt es nicht mehr. Ja, der lernt es absolut nicht mehr. Da brauchen wir gar nicht mehr drüber. Der schafft es noch, dass die CDU richtig Stimmen verliert. Aber hey, was soll's. Was soll's. Naja, die Nahles turnt ja jetzt auch rum. Man merkt, es geht so langsam, Europa war kampflos. Ja, Sonne. Gut, dass ich kein Vampir bin, weil ich jetzt habe. Brutze. Ja, Sonne. Wahnsinn. Raus und genießen. Ja, so ein bisschen. Ne, also wie gesagt, die Nahles springt ja auch rum und macht da ihre Sperenskis und jetzt fängt es wieder richtig an. Man merkt halt, ist wieder Wahlkampfzeit. In diesem Sinne also, ich mache mich auf, sonst gehe ich hier gleich schwimmen, wenn das so weitergeht. Macht's gut. Bis morgen. Bis zum nächsten Mal.